So, da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle Hüppeier auf, die auf der Insel versteckt sind. Denn ich habe gerade schon für euch die Hühneraufgabe hochgeladen bzw. gemacht. Und auf was bin ich gestoßen? Richtig, genau auf so ein Ei. Genau so ein Ei suchen wir, denn davon müssen wir erstmal 10 Stück finden. Hier sind schon mal direkt zwei. Das ist schon mal sehr gut. Und, so, wo bin ich gerade? Ich bin außerhalb von Holly Hedges. Also, da sind auf jeden Fall schon mal zwei Eier. Da werde ich jetzt erstmal des Öfteren gucken, ob die Eier da konstant sind. Weil dann könnte man so wieder ganz entspannt sich natürlich die 35.000 XP mitholen. Und natürlich auch die Pickaxe, wie ihr oben rechts seht. Ich weiß nicht, ob man die direkt bekommt, ob das wieder mehrere Phasen hat. Ich denke nämlich mal schon. So, dann vorweg, ihr könnt mich gerne supporten, indem ihr ein Like auf das Video da lässt. Natürlich auch gerne ein Abo dalassen, denn über 80% haben noch kein Abo dagelassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ihr habt noch Spaß mit den Aufgaben. Ich auch. Ich mache sie für euch. Ihr könnt euch angucken, wie sie funktionieren. Und in dem Sinne, denkt dran, support ist kein Mord. Und in dem Sinne, 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 haut rein.